Jetzt musst du nur noch sagen, was ist dein letzter Wunsch? Was ist dein letzter Wunsch? Dein auf Englisch? What is your last wish? Can I fuck your sister? Yes. Nein! Du musst sagen, du warst schon immer ein Arschloch oder bis zum Ende bist du ein Arschloch. Das hat mich jetzt irgendwie an diese Stelle aus Scary Movie erinnert, wo sie zerteilt am Baum ist und er das mit diesem Würstchen und dem Donut nachmachen will. Genau diese Stelle, ja. Oh Gott. Kill mich einfach, ohne Flammenwerfer. Also ich kann nicht aufhören. Willst du dem reiften Blautjob geben, oder was? Penis. Ich kann nicht, ich aufhör zu lachen. Oh Junge, ich hab... Scheiße. Töte mich einfach, bitte. Töte mich einfach. Nein, falscher Typ. Der hat sich jetzt wegteleportiert. Keine Schuld, du musst aber nicht mitmachen. Ihr habt gesagt, alles anreizt ein Flammenwerfer! Er spielt gerne mit Feuer. Du Arschgeige! Ich wollte doch bloß eine richtige Szene machen! Eine Cutscene, wie du willst! Dann müssen wir das anders machen. Uns fehlt noch die dritte Person, aka Hernandez. Äh, Killchobel, du könntest ja Nando spielen. Ich bin schon im Game. Einer will mich ge... Einer... Bist du Kev-Boss, oder was? Warte mal. What the fuck? Ähm... The fuck, wie laut ist das dann? Ich bin gestorben. Uh, what you say? Wirklich, das ist drin? Ja. Wo bist du? Oh, Mann, shit. Ja, wie heißt du, meinte ich? Ich hab keine Ahnung, ich hab als Gast spielen... Kotzbrocken ist hier... Äh... Siehst du ein Poleski? Ja, du stehst vor. Ja, ich bin der Kotzbrocken. Du Bastard. Äh, ne... Okay, du bist Kotzbrocken. Kotzbrocken, steck mal ganz kurz bei mir ein. Wir brauchen dich. Ich sterbe gerade wieder. Du kannst unter F1 Gott-Modus aktivieren. Ich hab... So, wieso? So, LS. Da muss man irgendwas ARG drücken. Kotzbrocken, steig ein. Irgendwas für Eier. Hör auf! Fuck. Das macht er die ganze Zeit. Keltower? Nein, ich muss noch ein bisschen... Warte mal. Bist du Trete oder Kotzbrocken? Warte mal. Ich kann nicht einsteigen. Ich bin irgendwie... Bist du Kotzbrocken? Nein, das ist right, glaube ich. Du musst G-tricken. Ach, so. Los! Junge, dieser... Dieser Spast... Ich verschwinde mal von ihr. Den letzten Spasten hier. So, jetzt ist man hier. Wir müssen zu dem Ort Airjump. So. Weil wir brauchen unbedingt einen Hernandez. Und jemand mit dem Gehirn, der noch mithilft. Leck mich. Pff. Ich bin... Hahahaha. Ähm. Äh, ups. Falsche Lasse. Oder... Ja, falsch. Falsche Lasse. Geh auf F2 und dann drück auf Airjump. Da kommt der Edmund. Oh Gott, nicht wieder das Eierding da. Du steigst jetzt mal hinten ein, Läumasse. F2, Airjump. Ja, komm. Können schon bestellen. Läumasse. Du bist vom Leben gestraft, weißt du das? Warte, ich muss... Ich muss aufhören. Nein, warte, ich will auf und drauf gehen und Tanz machen. Du fliegst runter. Nein. Und spielst du uns vor. So, ähm, Kilt-Huber. Könntest du unter Special gehen und Hernandez nehmen? Wo zur Hölle finde ich das? Also, du musst auf F1 gehen, links gibt's Gin. Ja. Ähm, du musst deine... Ich glaub, du bist schon in der Kategorie drin, oder? Oder jetzt Special. Ja. Wie hält der die Pistole bitte? Äh, Special... Jetzt muss ich's mal kurz suchen. Ach, da oben ist es. Ähm, Meso, Tenpenny, Polesky... Herrn! Ja, wir könnten mal auch ne ganz komische Cutscene machen. Jetzt nimm Herrn! 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 What the? Und du steckst es endlich ein, Läumasse. Nein. Doch. Äh... Das ist direkt unter Tenpenny. So. Wo ist denn bitte Tenpenny? Ruf Tenpenny. Alter. Ich bin Elvis. So, jetzt steig ich hinten ein. Was will dieser hässliche Rodriguez? Ja, sagen wir's mal so. Steig ein! Gott, wie schwierig ist denn das heute mit euch? Was? Meine Fresse. Ah... Jetzt steig ein. Okay. Du kannst ruhig weiterfahren, also ich schaff's auch so. Ja, ich vergesse, dass wir auf dem Fun-Server spielen. Und zwar, Killtour, du kennst doch bestimmt diese Cutscene bei diesem, äh... Bei dieser Geisterstadt, oder? Oder Dorf. Ich tanze. Ich tanze, wenn wir Autofahren. Du tanzt, oh. Herr auf damit, Läumasse. Also, du bist so... Weißt du was, Läumasse? Du spielst ja Nendes. Obwohl... Oh Gott. Nein, bleib lieber auf CJ. Ich möchte nicht, dass es noch nie abhört. Was treibt ihr eigentlich? Gott, ich will eine seriöse Cutscene machen. Und ihr... Ihr... Ihr spinnt rum. Ich finde es erstaunlich, dass mein Auto... KOMM! ... nach vorne fährt. Ihr beiden. Diese... Diese Reifenspuren, diese Farbe. Wie die Fu... What the fuck? So. Ich glaube, ich lasse mich die ganze Zeit auf den Arsch. Wir müssen jetzt erstmal hier den Wagen stehen lassen. So. Repair. Steige aus. Tritte. Nein, den wollte ich jetzt nicht sein. So. Ich brauche jetzt erstmal wieder die Waffen. Oh. Fuck. Ich kotze gleich. Das macht er die ganze Zeit. Wow. Entschuldigung. Ich hatte was. So. Also. Mr. Loi Master und Mr. Killtrooper kommen sie nach hinten. Obwohl... Verlauter, lauter... You can win more... Ich bin gleich erstmal auf meine Spotify-Playle... Lass mich raus. Danke. Playlist machen. So. Spawn dir noch ein Bandito. Was ist mit deinem Outfit passiert? Praise the Lord. Praise the Lord. Ich bin irgendwie größer geworden. Kannst du bitte aufhören. Du bist schlimmer als die Pest gerade eben. Ich werde zum Mutanten, wenn ich diese Animation mache. Oh ja. Give me all your freedom, Chiss. Praise the Lord. Verpiss dich, CJ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hör jetzt auf damit. Und hol dir ein Bandito. Du Arschgeige. Oh yeah. So. Jeder macht jetzt mal bitte seinen God-Mode aus, okay? Ich hatte ihn nicht an. Hm. Na dann. So. Killtrooper. Komm jetzt mal mit. Tough guy. Kannst du mal kurz zählen. Schau wie aus der Animation aus. What the fuck? Äh. Pff. Da kann es nicht sein lassen. Schlech, schlech. Ja Gott, oder so. Ähm. Jetzt. Geh mal hierhin. Warte. Ich brauch noch eine andere Waffe. Sieht eigentlich gut aus. Du vergisst ja. Du vergisst wie die Cutscene aussah, oder? So. Stell dich hierhin. Da, wo ich hinzeige. Ja. Ja, okay, ist sehr gut. Und jetzt gehe unter Animation Crack. Muss ich jetzt zum kurz noch mal Subo suchen. Crack. Ja, das ist direkt das Über-Crip. Oder was Crack. Das hat irgendwie gefehlt. Das ist ein Auto in der Unmärmeer explodiert. Ja, ich bin auf Crack. Auf Crack. Und jetzt probier mal die Animation aus. Der ist sogar gesto... Äh, nimm das mit CRCKDEV. Was ganz komisch geschrieben ist. Äh, nein, nicht ganz. Auch nicht. Du musst halt eben eine Animation nehmen, wo du... Oh, naja. What the fuck? Dass du einfach ohnmächtig bist. Ja. Ja, genau so. So, das reicht. Okay. So. Du weißt, was du zu sagen hast, oder? Warte. Hör auf mit dem Kopf so zu schenken. Du hast Skype angeschrieben. What the fuck? Pfff. Oh mein Gott. Das war da. Das war da. Kommt nicht. Das war da. Das war da. Das war da. Klaut ihr wirklich einen Wagen von uns? Klaut ihr wirklich einen Wagen? So ein Scherz. Kannst du jetzt bitte aufhören? So. Keine Raketenwerfer aussuchen. So, einfach gar keine Waffe, okay? Auch kein Dildo. Auch keine Waffe. Jetzt komm. Einfach die Fäuste. Danke. So, du weißt, was du zu sagen hast? Vielleicht. Oh Gott. Ich grabe. What the? Was sind solche Arschlöcher? Könntest du vielleicht wieder in den Graben reingehen? Ich hab... Vault Kick. What made? Drück mal eins. Äh, okay. Ach du Scheiße. Okay, anscheinend müssen wir es schnell machen. Du weißt, was du zu sagen hast? Nein. Officer Tenpenny benutzt uns alle. Ach ja, Officer Tenpenny. Officer Tenpenny. Gott. Ja? Just uses us all. Ja, das tut er. Meine Fresse. Fuck off. Das sind solche Idioten. Das sind solche Idioten. Vielleicht mein Gott, wo das noch anhabe. Ich bin auch wieder angewacht. Ja. Anscheinend müssen wir wohl eine andere Cutscene spielen. Heilige Scheiße. Gott. Wie auch fast der ganze Server bei uns war. Hier irgendwo war es doch mit diesem Haus. Wo war es nochmal? Sag nicht, dass es in einem Zombie-Gebiet ist. Woosa? 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 Ja, ist es in einem Zombie-Gebiet? Scheiße. Oh Gott, ey. Komm schon. Komm ich hier aus der Animation raus. Oh mein Gott. Er neift ihn. Tenpen hat ihn geneift. Gut so. So, jetzt ist es mir Emergency LS. Ich gehe jetzt erstmal auf den Skin. Tenpenny. Wir bräuchten ein Pulaski und dann ein CJ. What the fuck? Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, unendlich, äh, ich hatte God Mode an und bin draufgegangen. Ähm, Kill True, Bob, geh auf F1, Warp und dann meinen Namen. Das sieht so überhaupt nicht aus wie Elvis, diese Frisur. Geht, muss ich sagen. So voll krass wie Elvis. Ja, da können wir doch mal kurz den Tränen. Ja, das verfordert dann zwei Leute. Und CJ. Ich hatte eine bessere Idee und zwar, äh, Lyle Master steigt aus und spawnt ein Taxi vor uns. Wir brauchen noch einen Mexikaner. Es geht ja schwer mit drei Leuten, oder? Er ist ja schon der Mexikaner. Okay, dann muss ich wohl zwischen Tenpenny und Polarski wechseln. Ein wahres Multitalent bin ich doch. Heilige Scheiße. Wir bräuchten eigentlich noch einen mexikanischen Taxifahrer. Hab ich auch gerade gesagt. Nein. Nein. So nichts. Welche Kategorie haben die das hier gemacht? Kelchuber. Ah. Wie geht's denn so? Weiß nicht, wie geht's dem Nigger? Wow. Hey. Hör auf! Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal kreuzweisen. Ich verschwinde von hier. Ich hasse euch. Oh, ihr hat Frieden. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ihr macht mich fertig. Ach, da ist es Taxi. Was macht ihr jetzt? Oh mein Gott. Ich habe Taxi gefunden. Tu jetzt auch noch. Wanna night stick up your ass? Ich bin weg von ihr. Einen Ring. Okay. Hey. Ich wüsste was ganz Gutes. Kelchuber, du nimmst Poleski, steigst jetzt auf meinen Beifahrersitz ein. Und, ähm, Leumaster ist ein verrückter mexikanischer Taxifahrer. Ich, ich, ich kann das nicht. Ich, ich. Oh mein Gott. pour27, ich bin vergleichen. Oh mein Gott.